Als Saruman die freien Völker Mittelerdes im Ringkrieg verriet und sich Sauron anschloss, bestanden seine Armeen, wie sicherlich die meisten wissen, zum Großteil aus den kämpfenden Uruk-Hai. Doch wer waren sie eigentlich? Ihren ersten Auftritt hatten die Uruks, als sie im Jahr 275 des Dritten Zeitalters in Italien im Osten Gondors einfielen, wobei sie die ehemalige Hauptstadt Osgiliath zerstörten. In den folgenden Jahren wurden sie besiegt und zurückgedrängt, machten aber weiterhin Italien unsicher. Ob es sich bei diesen Uruks um dieselben Uruk-Hai handelte, die Saruman später einsetzte, ist unklar. In den Büchern besteht der einzige sichere Unterschied zwischen ihnen in ihren Herren. Die Uruks dienten Sauron, während die Uruk-Hai Saruman dienten. Auch ihre Namen sind äquivalent, denn während Uruk in der schwarzen Sprache Ork bedeutet, heißt Uruk-Hai einfach Ork-Volk. Beide Rassen sind deutlich größer, starker und intelligenter als normale Orks, sind aber dennoch etwas kleiner als Menschen. Zudem war ihre Ausrüstung von besserer Qualität als die normale Orks und sie scheinen aufgrund ihrer Überlegenheit meist den Befehl über Orks gehabt zu haben, die sie Snaga nannten, was Sklave bedeutet. Zudem machte das Sonnenlicht zumindest Sarumans Uruk-Hai weniger aus als Orks, obwohl sie es immer noch hassten. Ob dies auch auf Saurons Uruks zutraf, ist unklar. Sowohl Uruks als auch Uruk-Hai trugen Symbole ihrer Herren auf ihrer Ausrüstung, das rote Auge für Sauron und eine elbische Es-Rune, sowie die weiße Hand für Saruman. Wie genau die Uruks und Uruk-Hai gezüchtet wurden, ist unbekannt, obwohl oft vermutet wird, dass sie eine Kreuzung aus Orks mit Menschen waren. Im Jahr 2.990 des Dritten Zeitalters, beinahe drei Jahrzehnte vor dem Ringkrieg, begann Saruman in seinem Sitz in Isengard Uruk-Hai zu züchten. Einige Jahre später begannen diese, zusammen mit den Orks des Nebelgebirges, Rohan anzugreifen und zu plündern. Da König Theoden von Grima-Schlangenzunge, der insgeheim ein Diener Sarumans war, manipuliert wurde, hatten sie dabei mehr oder weniger freie Hand. Zudem schickte er eine Gruppe von Uruk-Hai nach Osten, um die Gemeinschaft des Ringes abzufangen und in einen Ring zu städeln. Es gelang ihnen, Boromir zu töten, doch Frodo konnte mit dem Ring entkommen und die Uruk-Hai konnten nur die Hobbits Merry und Pipi in Gefangen nehmen und wurden später von den Reitern von Rohan getötet. Im Ringkrieg griffen sie Rohan endlich mit voller Stärke an und besiegten seine Armeen in zwei Schlachten an den Furten des Flusses Isen, in denen sie Theodrit, den Sohn König Theodens, töteten. Der König verschanzte sich daraufhin mit einer Armee in der alten Festung von Helmsklamm, die die Uruks prompt zusammen mit den Orks und Dunländern angriffen. Sie waren beinahe erfolgreich, wurden aber schließlich besiegt, als Gandalf mit einer weiteren Armee eintraf. Daraufhin flohen die Orks und Uruk-Hai in den Wald, der auf mysteriöse Weise hinter ihnen erschienen war und wurden restlos von den dortigen Enns und Huans ausgelöscht, die schon am Tag zuvor Isengard angegriffen und die dort verbliebenen Orks vernichtet und Saruman im Orthanc eingesperrt hatten. Die Dunländer waren weiser und ergaben sich den Menschen von Rohan. Es ist anzunehmen, dass in den Schlachten von Isengard und Helmsklamm alle oder fast alle Uruk-Hai-Sarumans getötet wurden, da sie später nicht mehr erwähnt werden und im weiteren Verlauf des Krieges keine Rolle mehr spielten. Im Osten dienten die Uruks weiterhin ihrem Meister Sauron, so bestanden zum Beispiel die Garnitionen von Minas Morgul und Kirith Ungol, teilweise aus und standen unter dem Befehl von Uruks. Zudem waren sie Teil von Saurons Armee in sämtlichen Schlachten des Ringkrieges, in denen sie wahrscheinlich wie alle anderen Teilnehmer auch schwere Verluste erlitten. Nach der Zerstörung des Einen Ringes und der Vernichtung Saurons flohen die verbliebenen Uruks wie auch alle anderen Orks und wurden wie sie wahrscheinlich in den folgenden Jahren bis zur Ausrottung gejagt. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video etwas gelernt oder es hat euch zumindest gefallen und wir würden uns sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Falls ihr weitere Themenvorschläge habt, hinterlasst diese gerne in den Kommentaren.